In diesem Video geht es um die besten Hohentaster. Der Qualitätssieger in unserem Hohentaster-Test geht an den Einhell GLC18. Der stabile Aluminiumshaft ist mit einer Teleskop-Funktion stufenlos verstellbar und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit dem GLC18-Akku-Hohentaster auch in hohen und dichten Bäumen. Der Krallenanschlag ermöglicht es, beim Sägen in jeglicher Postition des Motorkopfes hohen Druck auf den Ast auszuüben und unkontrolliertes Ausschlagen der Säge zu verhindern. Durch die automatische Kettenschmierung läuft die Kette reibungslos und sichert eine lange Lebenszeit der Oregon-Kette und Schwert. Der Zusatzhandgriff kann dank praktischem Schnellverschluss einfach verstellt und auf die Körpergröße des Anwenders optimal angepasst werden. Ohne große Mühe kann die Kette schnell und werkzeuglos gespannt werden, um optimale Schnittergebnisse zu erzielen. Der Hauptgriff der Heckenschere ist vierfach neigbar. Zusammen mit dem siebenfach neigbaren Motorkopf ist flexibles Arbeiten in jeder Position möglich. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Gardena TCS Li 720. Der Hohen-Taster kommt zum Einsatz, um den Baumschnitt gekonnt, kraftschonend und vor allem sicher vom Boden aus zu erledigen. Der Griff zur Leiter oder mühsames Klettern in der Baumkrone gehören damit der Vergangenheit an. Dank des leichten und schmalen Schneidkopfes können auch Äste an engen Stellen in der Baumkrone mühelos entfernt werden. Der abwinkelbare Schneidkopf sorgt dabei für zusätzlichen Komfort. Der abwinkelbare Kopf erleichtert das Schneiden in großer Höhe als auch am Boden. Mit dem Hohen-Taster erreichen Sie Äste bis in 4,40 Meter Höhe. Stellen Sie die Länge des Hohen-Tasters individuell ein. Der Schneidanschlag an der Spitze des Schneidblattes unterstützt beim Schneiden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Hohen-Taster-Test ist der Black & Decker GPC 1820. Die elektrische Astsäge eignet sich ideal zum schnellen, effektiven und sicheren Ausschneiden schwer erreichbarer Äste und begeistert mit ihrer Akkutechnologie ohne lästige Kabel und Abgase. Der dreiteilige Teleskopstiel lässt auch schwierige Äste mit 3 Metern Entfernung erreichen müheloses Einsetzen und Herausnehmen der Verlängerung. Einfache Lagerung und Höhenanpassung Die Akkusäge mit 20 cm Schwertlänge schneidet mit einer Akkuladung bis zu 130 Äste und überzeugt mit 17 cm maximaler Schnittstärke ideal zum Aussesten, zur Baumpflege und vieles mehr. Die Teleskop-Astsäge besticht mit rutschfesten Griffen und 3,7 kg leichtem Gewicht, wodurch besonderer Komfort mit kontrolliertem Handling kombiniert wird. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.